Musik Leute, ich bin draufgekommen, wie das geht. Ähm, ich muss ihn mit dem Ball einschießen. Schnell, fluici, 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 schneller! Ums Arschlecken. Okay, wo sind die Bälle? Komm her. Komm her. Komm her. Hä. Hä, fluici. Okay, ich glaube, ich muss... Das geht sich jetzt wahrscheinlich nicht aus. Deswegen stelle ich fluici jetzt hier runter. Und... Und... Und wieder. Okay. Oh, okay. 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 Dann haben wir den Weg nicht mehr, das ist das Punkt, komm, 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 komm. Okay, dann haben wir das mal rausgefunden. Ich habe schon gewusst, wie es funktioniert, aber wie ich ihn stunne, er war sofort dabei. Oh, dein geliebtes Wasser ist weg. Oh, ich habe ja richtig Mitleid. Okay, okay, wau, 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 wau. Ich verstehe. Luigi! Runter. Wo kann ich hier? Leiter, 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 Leiter! Ah, Luigi, du bist ja eine Meme. Alter, okay. Ich bin gestunnt, nein! Was soll das? Bitte? Ja, natürlich kommt er nachher raus, komm, 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 komm! Hm! Ah! Uhum. Ich check's nicht. Okay. Ah, ich bin tot. Hm. Ich muss ihm die Brille wahrscheinlich vom Kopf schießen oder so. Ja, Samy. Ja, gute Nacht. Schneide ich alles raus. Oh, wie ist die was, nein. Oh, wie ist die was, nein. Was für Neues. Das schneide ich auch raus. Da weiß ich wenigstens, wie es geht. Gut. Weiter geht's. Um. Um. uh. Wo'd. Also die chal guards oder Code. Ich beides, tut! Mist! Wiiiii ham! Wiu! Rihici- Woaste? Der war jetzt euer Cyber dov PRO- Wir wensen. Angesaugt, so ein Pech. Muss ich ihm vielleicht seine Badehaube runterziehen von hinten? Das könnte natürlich auch sein. Bin mir grad nicht sicher. Luigi. Ja, ja, doch, 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 ja, genau. Ja, wieso hat mich der Dreck getroffen? Jetzt bist du dran. Jetzt hab ich dich. Komm. Okay, geschafft. Das wär jetzt wirklich... Er war einfach nur lästig. Okay. Das war jetzt bis jetzt der einfachste Boss hier in Luigi Mansion 3. Also. Ja, nehmt doch den Scheiß rein. Aber auf jeden Fall war das jetzt der einfachste Boss. Das kann's aber nicht gewesen sein, oder? Kommt hier jetzt noch was? Sonst gehen wir gleich in die 14. NRP 2 müssen wir auch noch machen. Aber wir gehen mal in die 14. Weil 15 ist ja der Endboss wahrscheinlich. Geh weg. Jetzt zum Auffüllen, aber ich bin nicht so froh anscheinend. Aber auf jeden Fall. Gehen wir mal zum Lift. Der Boss war jetzt richtig... Ach Gott. Das hat der schon wieder. Luigi. Komm, holen wir uns den. Komisch. Gut. Sehr egal. Das haben wir alles ja schon. Und jetzt die vorletzte Etage, oder? Täusche ich mir jetzt. Nein, nicht die... Nein, nein, nein. Er wundert sich noch immer nach 14 von diesen blöden Knöpfen, ey. Das ist ja alles so dumm. Ah. Natürlich. Ich hab's ja gewusst. Das ist zu einfach gewesen. Ich hab's ja gewusst. Nein, 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 nein. Du bist eine nice Kitty. Eine nice Kitty nämlich. Und ihre Edy. Und ihre juckt's einfach nicht und stolziert davon. Einfach typisch... Katze. Ja, ist fein. Verfolgen wir sie mal wieder. Ach Gott. Hoffentlich fangen wir sie jetzt endgültig. Weil diese Kitty geht mir schon auf den... Ne... Auf die Nerven. Okay, da runter ist sie. Puff. Oh. 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 komm kitty, jetzt kann ich mich mit der schon wieder herumschlagen nimm das kitty natürlich die besitzerin des hotel macht jetzt anscheinend ernst und der katze gefällt natürlich alter wie viel geister sind denn hier aber allerlästigsten sind die großen ich kriege alle wenn ich sie so schön groß ok ja komm komm nehmt doch nehmt doch das ich hau euch nicht so lang bis ihr tot seid komm gut kitty, was ist mit dir? kommst du jetzt mal runter oder wie ist die jetzt aus? da lebt noch einer ich dachte mir du bist schon tot aber jetzt bist du's sie flüchtet schon wieder ach, kitty okay 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 gesprich go okay packed komm jetzt wird sie böse perfekt die fücke kommt jetzt habe ich umgedreht kaum kitty das schaffen wir ja komm du magst mich ja das haben wir schon mal gemacht oder kannst du dich noch erinnern meine nette kieler karte ist sicher 1 runter piraten dinge ist hier wahrscheinlich jetzt es nervt dieses backtracking nervt mich schon langsam da gehen wir nach 12 ist auch okay strandbar katzenjagd ja ja ich hab's ja gewusst dass dieses blöde jetzt kommen oder irgendwas oder irgendwie mit gedacht vielleicht kommt er das ding und fladert mir diesen blöden kopf ich hab's mir zwar nicht ich hab's deutlich gesagt aber aber auf jeden fall habe ich mir gedacht dass irgendwas ich weiß hier ist sie runter ja gut okay beide durch diese türen habe ich mich nicht so ganze wird hier nicht sein und die mag nämlich kein wasser ich sehe hier nicht dass diese laterne im weg ist das ist hier rein sie ist nur hier hoch herum gegangen ja ja eh ja 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 blöde schlangen ding ja glaubst ich mache es dir leicht ich möchte meinen knopf haben den was mir verdient habe wobei der kampf war eh viel zu einfach und viel zu kurz wenn man ehrlich seht und jetzt wird sie wieder böses kitty böses kitty ja war klar dass du böses kitty wie du wirst ja komm kitty 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 ja komm mein kätzchen ja ich drück dich schon noch ich weiß schon noch ganz genau wie ich dich besiegt habe am letzten mal habe ich schon wieder einen schwanz von dir ja war ja es ist wieder eins runter glaube ich ja dann ganz sicher das geld hier hier ist sie doch doch noch hier dachte sie geht doch mal runter aber ist ja egal mein hund hat mir jetzt geht sie runter ok noch eine tasche runter aber ist ja nicht so schlimm katzenjagd mal wieder das ist sehr lustig ich bin begeistert aber es war klar der boss war einfach zu einfach denn dann hat man mit zwei drei schlägen geschafft und fertig ist das gehen wir halt nach elf äh 12 11 welt denn der wunder ach gott das ist so groß ok aber eh wurscht wir haben dann nur zwei etagen von mich geht was ist jetzt falsch jetzt will ich euch alle drei haben was war das jetzt nicht mit mir wird jetzt die fahrt jetzt weiter oder kommt noch irgendwer der was mich nerven will komm schon ich glaube jetzt geht es wieder weiter ach eigentlich ich werde jetzt römer sie gehen wir halt wieder hierher und die ist hier ok ach gut ein geldgeist ok ist auch fein 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 10 11 11 5 5 6 6 7 7 8 7 9 9 9 10 10 12 11 10 10 10 11 12 12 12 12 13 Armdach. Mutz, 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 mutz. Mutz, 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 mutz. Meine Fresse. Wollen wir noch einmal umdrehen, oder was? Ja, nicht mit mir. Baba, hast mich nicht erwischt mit dem Blödsinn, was du neuerdings machst. Aber das hilft dir jetzt auch nichts mehr. Jetzt will ich dich einsaugen. Ich hab sie. Aus mit Schmusekätzchen von Chefin. Ha. Perfekt. Aber auch nicht grad schwierig. Ich mein, das zum Schluss war ein bisschen neu zum Umgewöhnen. Aber wir holen uns den Knopf jetzt. Und nur, jetzt haben wir nur mal eine Etage, bevor das Spiel zu Ende ist. Ach, schade eigentlich. Das war sehr lustig. Ich hab' schnell durchgespielt. Weil ich ziemlich so ein Zwischendurch-Projekt, das gefällt mir eigentlich. Weil, den Freitag kommt eh, ähm, das neue Star Wars Spiel. Und auf das freu ich mich schon extrem, wenn ich ehrlich bin. Äh, hier durch, dann wieder rechts. Ja, passt schon, weiß ich schon wieder. Und auf das freu ich mich eh schon extrem, weil ich bin ein riesiger Star Wars Fan. Ähm. Aber jetzt schauen wir uns noch schnell die neue Etage an. Ich bin einfach nur so gehypt. Komm. Aber jetzt kann nichts mehr passieren, weil die Katte ist schon im Besitz von Yigit. In seiner Sammlung. Also hier, der eine Poste, was uns gefehlt hat, in der Sammlung, wo ich mal geschaut habe. 14. Disco. Okay, die Disco kommt noch. Und danach kommt der Final Boss. Ich glaub' jetzt haben wir fast alle Juwelen. Wenn die Berufs fehlen uns. Haha, Disco. Ist auch okay. Schaut mal, wie viel Juwelen ich finde an Anhieb und dann. Aber, Leute, ich werde hier mal Schluss machen. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.